Wie man so einen Universal-REMF-Charger baut, von Anfang bis Ende, das will ich euch heute mal zeigen. Und erstmal eine Übersicht über die Bauteile, die wir dürfen brauchen. Als erstes brauchen wir mal einen Ringkerntrafo. Das ist jetzt einer 70 Watt mit 210 Volt Eingängen. Deshalb sind hier zweimal diese blau-braune Kombination mit dran. Der grün-gelbe für die Erde, ist klar. Und dann hier unsere Ausgänge. Das ist bei den einzelnen Ringkerntrafos, denke ich mal, unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr genau so einen hier bekommt. April 93 hergestellt wird wohl schwer sein, da noch irgendwie ranzukommen. Ich habe eine bei Polin her, aber die haben da ab und zu immer mal so ein paar Restposten. Und die gibt es halt nicht ewig. Also mal schauen, wenn ihr dann das Video anguckt. So was ähnliches zumindest. Also, dass wir 220 Volt irgendwie reinschicken können. Ich tue mir ja zweimal 110 Volt einfach in Reihe schalten. Und am Ausgang habe ich dann hier 15 Volt, 18 Volt und 34 Volt. Damit können wir einen REMF-Charger machen, der 12 Volt Batterien lädt. Und auch einen, der 24 Volt Batterien lädt. Dann brauchen wir einen Kühlkörper. Ungefähr die Größe hier. Und auf den Kühlkörper kommen dann nämlich folgende Bauteile. Einmal hier so ein Brückengleichrichter für, ich glaube, 200 Volt und 15 Ampere reicht aus. Wir wollen ja nur unsere maximal 34 Volt gleichrichten. Aber ein paar Ampere sollte er schon aushalten. Der bringt bei, ich glaube, 15 Volt um die 4, 5 Ampere. Da muss man an der Spitze ein bisschen drüber gehen. Einen Lastwiderstand, 390 Ohm. Sechs etwas stärkere Dioden, die man auch mit auf den Kühlkörper mit drauf machen kann. Das hier sind jetzt welche ziemlich schnelle Dioden. Das ist hier auch wichtig, weil die Dioden richten ja unsere Ströme vom Joule-Tief sozusagen gleich. Und da sind Frequenzen eventuell, ich habe es noch nicht so richtig gemessen, aber ich denke mal so jenseits der 50 Kilohertz drauf. Und da braucht man dann Dioden, die damit ordentlich handeln können. Ich nehme mal noch einen stinknormalen Transistor. Das ist jetzt hier ein BUV48A Transistor. Atzer hat neulich gezeigt, dass das auch wunderbar mit einem IGP-T geht. Ich habe jetzt leider keinen funktionierenden mehr da, sonst hätte ich es so mal probiert. Aber ich nehme erst mal die Version von den Dingern, die man überall ausbauen kann. Und Transistoren sind, denke ich, noch überall mit drin. Einen Verstärkern und so. Ja, es ist die Bauteile, die dürfte man halbwegs überall finden. Selbst die Shotkeys sind, glaube ich, in, also ähnliche Dinger, in Schaltnetzteilen verbaut, die PCs betreiben. Die normalen PC-Netzteile. So, dass wir dann auch unseren Spannungen hin und her schalten können, habe ich da so einen Stufenschalter. Werde ich da mit einbauen. Und dass wir das von unserem Gleichrichter auch ein bisschen geklettet bekommen. Ja, also zumindest zu tun, als ob. Ich habe hier nur 1000 Mikrofahrer, 63 Volt Condis da. Dann nehme ich zwei parallel. Ich denke, das dürfte reichen, so vom Gefühl her. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich habe die Version, wie gesagt, noch nicht vorher gebaut. Das ist jetzt voll live alles. So, und gekühlt werden muss das Ganze auch. Und für die Kühlung nehme ich einen extra kleinen Trafo. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber ihr werdet sehen, warum das dann für mich noch wichtig wird. Weil das Ding soll ja dann auch erst angehen, der Trafo, wenn der Lüfter eingeschalten ist. Wenn der Lüfter nicht läuft, ist da die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da irgendwas durchraucht. Aber dazu später. So, und dann halt unser allseits bekannter Joule Teeth. Hier, etwas längliche Version. Und bei den Drähten hier, da könnt ihr auch eigentlich nur einen Draht nehmen. Bis 0,75er Querschnitt ist, bis 16 Ampere gehen da irgendwie durch. Also das reicht vollkommen. Und als Trigger eben einen kleinen, dünnen, das hier ist 0,30er, wahrscheinlich auch schon überdimensioniert. Aber den hatte ich so fertig noch da gehabt. Ich werde die zwei dann auch zusammen nehmen. Dann hat dieses, dass das zwei Träte sind, eigentlich keinen großen Effekt mehr. Sieht aber lustig aus. Und ja, auf den Querschnitt komme ich dann auch halbwegs für die Amperes, die dann hier fließen sollen. Was haben wir noch da drin verbaut? Na ja, jetzt kommt hier drüben die ganze Kategorie dazu. Aber das ganze Zeug hier ist dann eigentlich mehr oder weniger die Ansteuerung, dass es angeht und dass es gekühlt wird. Das ist jetzt hier, ach ich sehe gleich wieder, ah Fingernägelzeit, Fingernägelzeit mal wieder. Ja, bevor irgendjemand meckert, doch meckert nochmal kurz. Aber jetzt schneide ich sie mir. Okay. Ja, die altbekannten Teile für einen Beddini-Lüfter. Ich habe ja jetzt einen Hans im Glück Beddini dafür genommen. Also ein normaler Lüftermotor umgewickelt mit 0,2 x 0,15er. Ne, einmal 0,10er und einmal 0,15er, so rum. Also furzt du eine Drähte mit 72 Windungen pro Statur und hier die Anschlüsse rausgehen lassen. In normaler, nur mit zwei Drähten parallel gewickelt. Ja, soll ja Luft machen, deshalb Hans im Glück. Und den Ausgang werde ich dann dafür nehmen, das Relais hier anzusteuern. Und das Relais schaltet uns dann den Trafo ein. Oder zu besser gesagt, dass wir dann unseren REMF-Charger mit reinnehmen können. Und das verhindert dann nämlich, dass das Ding losgeht, bevor der Lüfter losgeht. Also erst wenn der Lüfter dreht und das Relais dann hier schaltet, dann geht das ganze Zeugs. Ja, und andersrum kann man es dann eigentlich genauso wieder anhalten. Wenn man es ausschalten will, müsste man einfach nur den Lüfter hier anhalten. Aber zum normalen Ausschalten tun wir trotzdem noch einen richtigen Ausschalter mit ranbasteln. Ja, dann der Eintaster zum Andrehen von dem Beddini. Ich glaube, ein paar Widerstände brauche ich dann noch mit dazu. Neon-Klimmlampe, Ultrafast, 4004er-Diode und 4007er-Diode für den Beddini. Ein kleiner Pufferkondensator für den Ausgang von Beddini. Und hier ein kleiner Pufferkondensator für den Netztrafo, der uns von 220 Volt 12 Volt macht, damit der kleine Beddini hier anlaufen kann. Ach ja, und da gehört auch noch die Gleichrichterbrücke dazu. Das ist eine normale Vier-Wege-Gleichrichterbrücke. Da müsst ihr mal gucken, was ihr für eine findet. Das ist einem für 380 Volt bis 8 Ampere. Ne, 2 Ampere völlig überdimensioniert hier für das, was wir brauchen. Aber schön klein und handlich. Gut, tja, dann hat man es eigentlich schon durch. Ein normaler NPN-Transistor für den Beddini ist auch klar. Und ein Potentiometer auf alle Fälle brauchen wir noch. Das wird dann im Re-MF-Charger verbaut werden. Und für den Beddini, da nehme ich dann nochmal für Versuchszwecke ein kleines Potty mit ran. Und wenn ich die Einstellung dann gefunden habe, nehme ich einen Festwiderstand mit rein. Das sehen wir später dann, welcher Festwiderstand es werden wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Haben wir es eigentlich so weit durch von den Bauteilen her. Ah ja, das ist vielleicht auch noch nicht ganz verkehrt. So ein Volt-Ampere-Meter, Digital-LED-Meter bis 10 Ampere. Die sind ganz gut, weil die haben den Schandwiderstand gleich mit eingebaut. Die, die dann mehr Ampere nehmen, da muss man so einen Schandwiderstand extra dazu basteln. Aber das alles schön kompakt mit extra Stromversorgung, die wir dann auch hier aus unserem 12-Volt-Trafo vom Eingang bekommen. Ja, ich denke, das wird Highways funktionieren. Und damit es auch etwas schön aussieht, habe ich mir gedacht, nehme ich das hier, diesmal wo ich es reinbaue. Das wird dann alles noch ausgeschnitten. Und, ja, ist zwar aus Holz, aber, naja, unbeaufsichtigt sollte man sowas ja sowieso nicht laufen lassen. Gut, mal schauen, was das wird. Zunächst solltet ihr erstmal schauen, wo die ganzen Bauteile dann alle hinkommen. Oh, was ist jetzt runtergefallen? Na ja, finde ich dann schon. Dass ihr, ja, dass es dann auch später alles schön zusammenpasst. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Bei mir habe ich das jetzt momentan mal so gelöst. Lüfter hier vorn ran, bläst dann die Frischluft hier rein. Hier drüben müsst ihr dann mal gucken, wo dann die ganze warme Luft wieder rauskommt. Und, ja, wenn das dann zugemacht wird, schaut es dann von oben ungefähr so hier aus. Passt jetzt noch nicht alles ganz so, wie es zu sein hat, aber ergibt es schon langsam in Bild. Hier unten kommt dann noch der Umschalter rein, zwischen 24 und 12 Volt Lademodus. Ja, und was ich vorhin noch vergessen habe, zu erwähnen, hier so einen Kaltgeräte-Anschlussstecker. Den findet ihr auch meistens in alten PC-Netzteilen. Einfach ausbauen, das gleich mit Filter und, was denn das, Anlaufwiderstand? Irgend so was wahrscheinlich. Ich lasse es einfach mal dran, mal gucken, ob das dann so funktioniert. Hier haben wir die Erde, hier dann unsere Phase. Dazwischen kommt dann noch ein Schalter. Ja, dann bis zum nächsten Schritt. Zunächst die Anschlüsse vom Schalter an den Stecker löten. Einer ist jetzt schon dran, einen habe ich schon dran gelötet. Das ist Nummer zwei. Nun wird das Netzteil zusammengebastelt für unseren Bedini und für unser Relais, was dann im Endeffekt alles schaltet. Ja, dazu erstmal hier den Brückengleichrichter an die Ausgangsseite, mit der Wechselstromseite, ist klar. Die Bedini-Schaltung wird nun vorbereitet. Stinknormale Bedini-Schaltung, für den Hans im Glücklüfter. Und hier habe ich noch einen Eintaster mit dran gemacht. Und mit dem Eintaster, hier kommt dann der zweite, der schwarze Draht dran, wird dann hier das Potentiometer überbrückt. Ich werde dann beim ersten Probelauf mal gucken, wann die richtige schöne Drehzahl erreicht ist. Ich werde dann hier die Potty-Einstellung lassen und zum Andrehen muss man ja immer Potty ganz runter schalten. Das ist ja dann nervig immer Potty runter, deshalb hier dann mal kurz einen Knopf drücken. Das ist Potty überbrückt. Man kann eine Andrehen, Anpusten und dann müsste das laufen. So müsste das gehen. Okay. Dann wird die Spannungsversorgung von Bedini angeschlossen. Jetzt habe ich erstmal das Minuskabel herangelötet. Auf die andere Seite von Condi kommt dann das Plus, das ist ja klar. Und dann einfach wie gehabt an den Bedini anschließen. Nun wird der Ausgang von Bedini auf den 6,3-3300 Mikrofahrrad-Kondensator gelötet. Das Relais wird jetzt an den Kondensator angeschlossen. Soweit alles angeschlossen bis auf den 220 Volt Eingang. Und jetzt können wir gleich mal einen kleinen Test machen, ob unser Relais auch schaltet und hier dann unseren Trafo wieder zunehmen kann. Erst im Trockenlauf mal machen. Mal schauen, ob die automatische Einschaltung funktioniert. Also hier drücken, dann Lüfter anpusten, loslassen. Es klickt auf 0 Ohm Durchgang. Relais hat geschalten. Wunderbar. Ich musste hier den Punkt erst ein bisschen einstellen. Hat nicht sofort geschalten. Erst wenn ich das Potti ein bisschen höher gedreht habe, ist jetzt hier ein 10 Kiloohm Potentiometer reingekommen. Hier das kleine Ding da. Ja, aber die automatische Einschaltung funktioniert. Mal gucken, ob es auch wieder ausgeht, wenn man den Lüfter anhalten. Ja, gut, dann ist es wieder aus. Super, können wir weitermachen. An unsere 12 Volt Versorgung. Ich habe vorhin mal gemessen, im Leerlauf haut es den bis auf 21 Volt hinauf, diesen kleinen 16 Volt Kondi. Ist nicht ganz so gesund, aber wir haben ja trotzdem Dauerbelastung durch unser Panel hier oben. Ja, das schließen wir jetzt auch gleich mit hier dran an. Plus und Minus. Und Kabel lang genug machen, damit es dann auch dahin reicht. Auch das geht jetzt wunderbar. Hier allerdings musste ich eine kleine Änderung machen. Ja, müsst ihr aufpassen bei solchen Panels. Ich hatte nämlich noch so einen Anschluss hier rumkullern gehabt. Und der hat von der Länge her wunderbar gepasst. Hat eine angeschlossen und das hat nicht funktioniert. Ja, aus dem Grund, das ist doch nicht genormt. Also aufpassen, wo hier Plus und Minus ist, wenn ihr da irgendwelche Extrakabel habt. Ja, kleiner Erfahrungsbericht. Und nachdem die Lüfterseite und die Ampermeterseite sozusagen jetzt funktioniert, können wir die ganzen Kabel ein bisschen schön legen. Und ich habe alles mit Heißleim zugekleckst hier. Wie ihr das macht, ist euch überlassen, aber bei den Sachen hier wird nichts heiß. Und vielleicht gar nicht mal so schlecht gegen irgendwelche Feuchtigkeit oder sonst irgendwas. Mache ich dann hier vorne auch noch drauf. Ja. Die Primärwicklungen sind ja zweimal 110 Volt. Die müssen jetzt noch in Reihe geschalten werden. Ne, ich denke mal der und der. Jawohl. Die zwei abisolieren zusammen. Und dann kommt hier dann unsere Wechselspannung ran. Zur Sicherheit nochmal überprüfen, ob es auch wirklich die Wicklungen sind. Ja, das sieht gut aus für einer 110 Volt. Die 2 in Reihe bin ich bei 32 oder 34 Ohm. Müsste hinhauen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür, zuerst den grün-gelben anzuschließen. Also grün-gelb an, grün-gelb. Und dabei ist mir aufgefallen, machen wir das mal wie bei der richtigen Bedini-Schaltung. Da tun wir mal den Minus von der Bedini-Schaltung, der bei mir hier jetzt rauslunzt, auch nochmal erden. Jetzt ziehe ich hier praktisch nochmal so ein Erdkabel rüber auf den Minus vom Bedini-Eingang. Hm. Da bei dem Trafo leider keine Beschreibung dabei war und auf den Käbelchen hier nichts weiter als 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter draufsteht, blieb mir nichts anderes übrig, als die auszumessen. Und dabei ist mir aufgefallen, die haben gar nicht alle einen gemeinsamen Null, sondern sind zwei getrennte Wicklungen sozusagen. Die eine Wicklung bringt 34 Volt und die andere Wicklung ist einmal getrennt, bringt einmal 15 Volt und 18 Volt. Und für meinen Stufenschalter, der hat nur 1, 2, ja 3 Einstellungen kann er machen. Und dafür ist es nötig, dass ich mir den Null von allen drei Spannungen gemeinsam sofort auf meinen Brückengleichrichter drauflege. Ja, und eigentlich können wir irgendwelche Drähte nehmen von der einen und von der anderen Spule, aber ich möchte die Wickelrichtung schon beibehalten, damit da nichts schief geht. Und dazu habe ich mir hier einen kleinen Kompass daneben gelegt und habe eine kleine 9 Volt Batterie immer an die Wicklungen rangehalten und habe dann so gesehen, wie rum der Wickelsinn ist. Tja, und habe dabei herausgefunden, dass ich mir jetzt den grünen und den weißen Draht zusammennehme und das wird mein gemeinsamer Null werden sozusagen. Und die anderen drei Drähte werden dann hier am Stufenschalter angeschlossen. Der Stufenschalter ist nun rangekommen. Ich habe kein Datenblatt von dem Stufenschalter da gehabt, aber da wir ja hier mit 5 Ampere mindestens oder maximal besser gesagt im besten Fall rechnen dürfen, habe ich mir gedacht, dann nehme ich hier einfach ein paar Stufen doppelt, doppelt und dreifach dann genommen. Wenn ihr einen größeren Stufenschalter erwischt, wo dann gleich im Datenblatt steht, dass er 5 Ampere und mehr schalten kann, dann könnt ihr den auch nehmen. Aber ihr wisst ja, unter Last ziehen die Dinger manchmal 10 Mal mehr, wenn sie eingeschalten werden, der Einschaltstromstoß, darum geht es dann. Ja, deshalb da lieber etwas überdimensionieren beim Schalter. Und hier sind jetzt meine drei Anschlüsse. 15 Volt, 18 Volt und 34 Volt und von dem Stufenschalter geht es dann hier hoch an die zweite Seite vom Brückengleichrichter. Unser Pufferkondensator ist jetzt 63 Volt, 2 mal 1000 Mikrofarad parallel genommen. Ihr könnt auch gleich einen nehmen, der so um die 2000, 3000, 4000 My hat, aber mindestens 50, 60 Volt müsst ihr halt schon aushalten. Mal gucken, wie der sich jetzt hier macht. Ich schätze mal, da könnte etwas unterdimensioniert sein. Vielleicht ist das aber auch nur ein ganz blödes Gefühl. Vielleicht ist er total überdimensioniert. Ich meine, bei 34 Volt kriegen wir gerade mal 2 Ampere raus. Also wird es schon klappen. Ja, den jetzt jedenfalls an den Gleichrichter. Hier Plus, da Minus, dürfte klar sein. Einer ist schon dran. Doch bevor ich mir mein Potty jetzt komplett verbaue, tue ich mir jetzt auch noch 2 Kabel ans Potty löten. Lang genug lassen, weil daran kommt ja dann später hier der Kollege. Schön nach alter Manier. Das mittlere und das äußere zusammen löten, damit im Notfall trotzdem das komplette Potty mit drin ist. Und ja, auf der anderen Seite ein einzelnes. Okay, geht weiter. Dann setzen wir gleich unseren Notvorwiderstand ein. Hier 390 Ohm. Hier an das Beinchen vom Transistor. Und die andere Seite vom Widerstand mit der einen Seite vom Potty verbinden. Und dann schließen wir die eine Seite vom 220 Volt Anschluss an die eine Seite vom Ausgang von unserem Relais und auf die eine Seite von unserem 220 Volt Trafo. Deshalb hier der grüne und der rote zusammen. Und dann hier geht es dann vom Schalter aus. Ist logisch soweit. So, und dann die andere Seite von unserem Relais. Hier auf die Eingangsseite von der Primärseite. Eingangsseite von der Primärseite. Wieder so ein Ding. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Und die andere Seite dann ist wieder abgegangen. Kommt dann mit dem kleinen weißen Kabel zusammen, was hier hinten vom Trafo dann kommt. Ja, und das wird dann auch hier an den Klauen vom Schalter angelötet. So, schaut das da jetzt aus. Können wir uns an die Dioden hier machen. Die werden jetzt alle verschalten. So. So, an dem gemeinsamen Ausgang, also wo dann die zwei Köpfe der Dioden zusammengehen, seht ihr ja dann im Plan. Da kommt dann unser Plus heraus. Das ist jetzt das Pluskabel. Und das Minuskabel kommt dann praktisch von unserem Joule Teeth. Geht durchs Ampermeter und kommt dann hier beim Gelben wieder raus. Der Gelbe ist dann praktisch unser Ausgangsminus. So, ich hoffe, der Sprung war nicht zu schnell gewesen. Aber ihr könnt ja dann nochmal einen Plan gucken. Ergibt sich dann alles ganz logisch. So, jetzt geht's weiter mit dem Joule Teeth. Und hier jetzt drauf achten, ist aus dem Plan eigentlich schon eindeutiger sichtig, wenn man die Wickelrichtung beachtet. Aber ich habe da schon einige gehört, die das dann falsch zusammen gemacht haben. Hier der Anfang oder, naja, sagen wir mal der Anfang von dem einen mit dem Ende vom anderen. Der Anfang vom dünnen mit dem Ende vom dicken. Sozusagen. Je nachdem, wo ihr dann Anfang und Ende definiert habt. Das dann hier zusammen, dann haben wir hier drei von denen. Nun den schwarzen vom Ampermeter, also den Minus sozusagen. Hier an die Mitte, ne, da wo wir die zwei zusammen gemacht haben. Das andere schwarze Kabel, was da vom Putty noch übrig war, das kommt jetzt an das dünne Käbelchen. Einen dünnen Draht. Und das einzelne, der einzelne starke Draht vom Joule Teeth, der wird jetzt im Kollektor, ne, mit dem mittleren Beinchen vom Transistor verbunden. Gleich dürften wir es geschafft haben, jetzt noch fix den Minus hier auf den Pin anklemmen und den Plus hier vorn, da wo die zwei Dioden zusammen sind. Da kommt dann der Plus drauf. Minus ist angeschlossen. Und der Plus kommt jetzt ran. Ich werde immer aufgeregter. Gleich können wir Probe fahren. Halt, Stopp, fast wäre es passiert. Wer aufmerksam zugeguckt hat, weiß was ich meine. Hier eine Sicherung muss auf alle Fälle mit rein. Da werde ich das hier nochmal aufmachen, das blaue Kabel, was hier vom Schalter kommt, und werde da eine Sicherung mit einsetzen. Der bringt zwar nur 70 Watt, aber wir wissen ja, Einschaltstromstoß, bla bla blub. Hier haben wir im Relais was 3 Ampere schafft. Ja, da sind wir schon ganz gut dabei, bei 3 Ampere, sondern das ist 600, 700 Watt ungefähr. Und ich habe hier jetzt eine flinke 4 Ampere Sicherung, die müsste ausreichen. Für den Kurzschlusspfeil. So schaut es nun aus. Soweit alles angeschlossen. Ampere Meter ist dran. Na dann. Bin ich mal gespannt. Das geht auch so, wie es gehen soll. Wo ich neu gierig bin. Mal schauen, ob das funktioniert. Das sieht schön gut aus. So, wenn wir mal schauen, ob es auch angeht. Sehr schön. Ist angegangen. 55 Volt. Ja, scheint zu funktionieren. Das ist ja krass. Das sind ja Leerlaufspannungen. Muss ich immer noch ausklamüsern, was was ist. Aber so weit. Schaut Jude aus. Na Gott sei es gedankt. Und siehe da, es rennt, wie es rennen soll. Ich bin jetzt auf der kleinsten Einstellung. Und wenn ich dann hier eine andere Volt Stufe, wenn ich dann hier rüberschalten würde, würde ich ja dann eine Stufe höher kommen. Damit könnten wir dann größere Batterien, 12 Volt Batterien laden und dann noch eine Stufe höher wäre dann der 24 Volt Modus, wo wir dann die 34 Volt haben. Ich bin zufrieden und halbwegs fertig. Draußen geht die Sonne auf. Und ich sag, viel Spaß beim Nachbasteln. Ahoi derweil. Und ich sag, viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich sag, viel Spaß beim Nachbasteln.